Werte Kolleginnen und Kollegen, die meisten Abgeordneten, so habe ich das verstanden, stimmen unserer Initiative zur dualen Ausbildung zu, finde ich auch sehr gut zu. Die Vor- und Nachteile haben wir jetzt intensiv diskutiert. Und im Zeitalter der Digitalisierung und Wirtschaft 4.0 ist das ganz, ganz wichtig, eine vernünftige Ausbildung zu haben. Und ich glaube, das Jahr 2015 war das erste Jahr, dass wir mehr Studierende hatten als Auszubildende. Und ob das unbedingt gesund ist für eine Wirtschaft, war ich zu bezweifeln. Deswegen sollten wir dieses Angebot hier, was wir jetzt auch entwickeln wollen und auch verstetigen wollen, richtig nutzen. Und das ist aus meiner Sicht und aus der Sicht der Koalition ein mitentscheidender Standortfaktor und der greift in alle Wirtschaftsbereiche rein. Vielleicht sollte man auch wieder nachdenken, auch über überbetriebliche Ausbildungsplätze, jetzt nicht unbedingt Kammerabschlüsse, obwohl ich weiß, dass das ein sehr heißes Eisen ist, aber trotzdem sollten wir da intensiv diskutieren und dann könnte man das vielleicht auch ein bisschen einfacher gestalten. Deswegen sind alle gefordert. Ich habe gesagt, Kammern und Verbände, die kleineren und die größeren Firmen, die Landesregierung, die allgemeinbildenden Schulen, die beruflichen Schulen, die Schulträger, Kommunen und Landkreise selbstverständlich, aber auch die Schülerinnen und Schüler. Es wurde von gesagt, dass Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, aber in diesem Bereich duale Ausbildung sich die Firmen sehr schwer tun. Das stimmt, aber die Schüler, die ich interviewt habe bei dieser Ausbildung, die war anstrengend, aber sie fanden die Ausbildung gut. Das muss man so festhalten und das ist bei den Sachsen vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Es waren übrigens drei Standorte, nicht zwei. Und wir haben auch vorhin Berufsausbildung mit Abitur von vor 1989 gehört. Natürlich war das ein Renner und die Plätze waren auch sehr begrenzt, wie insgesamt die Abiturplätze da sehr begrenzt waren. Und beispielsweise, ich glaube, im Wahlkreis von Thomas Krüger, Peter Ritter und Mark Reinhardt gab es in Jürgensdorf die Ausbildung, war da drin, der Züchter mit Abitur, jedenfalls ein Agrarberuf mit Abitur. Da war Gysi auch da in dem? Nein, ich habe jetzt dritter Züchter. Ach so, na gut. Na, da hättest du was sagen können oder hättest du eine Frage noch? Na gut, das kommentiere ich jetzt hier nicht. Und wie gesagt, wir sollten die Erfahrungen, die aus den Schulversuchen dort vorliegen, auch bei uns im Land intensiv nutzen und auch die Erfahrungen in den Auswertungen aus den anderen Ländern. Wenn wir die duale Ausbildung wirklich in unserem Land wollen, dann werden wir Wege finden. Und wenn wir sie nicht wollen, dann werden wir natürlich auch Gründe finden. Und das ist ganz eindeutig, das muss man auch so festhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Jugendlichen belastbar sind und wissbegierig. Sie wollen nicht unbedingt immer gleich studieren, aber sie wollen die Möglichkeit haben, später zu machen. Sie wollen sie auch in Start-ups absolvieren und so weiter und so fort. Da denke ich, gibt es eine ganze Menge. Bessere Rahmenbedingungen können wir als Gesetzgeber schaffen, natürlich in der Zusammenarbeit mit den Kammern und Verbänden. Und dann will ich auch hiermit meine Rede schließen. Wir werden dem Änderungsantrag auch zustimmen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.